Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid auf dem richtigen Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und das ist der richtige Kanal, wenn ihr euch für Börse, Investment und Trading interessiert. Heute haben wir eine ganz spannende Frage, der wir nachgehen wollen, nämlich was ist eigentlich Income Trading, also Einkommens Trading und wodurch unterscheidet es sich von anderen Arten des Investierens oder des Tradings.